Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich auf so einem Bolzen hier ein Außengewinne mit einem Schneideisen richtig schneiden kannst, dass dieses Gewinde auch wirklich passt. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal muss ich den Durchmesser von diesem Bolzen herausfinden, um danach bestimmen zu können, was für ein Gewinde hier drauf kommt. Hierfür am besten einen Messschieber nehmen, mit dem geht es am genauesten. Und ich kann ablesen, ein Durchmesser von ungefähr 7,96 mm. Jetzt schaue ich einmal in dieser Tabelle hier nach, was für ein Gewinde ich dann brauche. Ein M8er Außengewinne benötigt jetzt ein Bolzendurchmesser von 7,87 mm, das wo ich ja ungefähr hatte, weswegen ich auch jetzt das Schneideisen von M8 hier nehme. Und dieses Schneideisen muss ich jetzt einmal in meinem Schneideisenhalter einsetzen. Das Ganze wird danach hier oben mit drei Feststellschrauben befestigt und wenn ich mir mal das Schneideisen anschaue, kann ich sehen, hier oben sind zwei solche Einkerbungen und dazwischen eine Nut. Und diese Nut muss immer in der Mitte bei der Feststellschraube sein, weswegen ich das Ganze einmal reingebe und danach erst per Hand festziehe und dann noch mit einem Schraubendreher. Das Schneideisen ist hergerichtet und jetzt muss ich einmal noch hier meinen Bolzen vorne anfasen. Also 45 Grad mit einer Pfeile nach vorne mal wegfallen. Das hat einfach den Sinn, dass danach das Schneideisen hier hinten viel leichter anpacken kann und das Gewinde dadurch schön gleichmäßig hier aufgetragen wird. Das mache ich jetzt mal mit der Pfeile rundherum. Wie du sehen kannst, habe ich hier vorne jetzt eine 45 Grad Phase überall rum und nun tue ich den Bolzen mal in meinen Schraubstock einspannen. Mein Bolzen sitzt senkrecht und vor allem auch fest im Schraubstock eingespannt. Dann gebe ich einmal mein Schneideisen hier oben drauf und wie du vielleicht schon sehen kannst, Schneidöl. Das ist ganz wichtig, das gebe ich jetzt nämlich auch hier oben etwas rein. Das gibt es jetzt wie hier zum Beispiel aus einer Spraydose oder auch als Paste ganz normal. Das ist vollkommen egal, hat einfach den Sinn, da das Gewinde um einiges leichter zum Schneiden geht. Es wird nicht so heiß und vor allem dein Schneideisen hält auch um einiges länger, als wenn du das Ganze ohne Schneidöl machen würdest. Ich nehme den Schneideisenhalter mit beiden Händen, schaue, dass das Ganze immer schön waagrecht bzw. senkrecht zum Bolzen ist und dann gebe ich einmal etwas Druck nach unten und drehe das im Uhrzeigersinn, da ich einen Rechtsgewinne haben möchte. Dadurch schaue ich jetzt einfach mal, dass es ein bis zwei Gewindegänge schon anpackt. Nun sollte man mit dem Schneideisen immer in etwa eine Umdrehung machen, das Ganze natürlich mit Gefühl. Das kannst du jetzt leider nicht sehen, ich zeige es dir trotzdem gleich noch, denn hier drinnen bilden sich jetzt nämlich so Späne. Und diese Späne werden mit der Zeit immer länger und immer länger und deswegen nach einer ganzen Umdrehung, einmal eine halbe Drehung, wieder zurückdrehen und dann können wir weiterarbeiten. Durch das Zurückdrehen werden nämlich hier drin diese Späne gebrochen, wie du vielleicht gerade eben auch sehen konntest, fliegen diese dann einfach nach unten raus und wir können wie gesagt das Gewinde ganz normal weiterschneiden. Hier kann man es jetzt hoffentlich leicht erkennen, ich drehe also wieder, habe jetzt meine ganze Umdrehung gemacht. Wenn man hier mal genau reinschaut, sprechen diese Späne jetzt einfach ab, fallen unten raus und ich kann wieder weiterarbeiten. Ganz wichtig, du solltest regelmäßig natürlich auch Schneidöl draufgeben, da das Ganze mit der Zeit auch wieder weg geht. Und das mache ich jetzt so lange, bis ich meinen Gewinde mit der gewünschten Länge erreicht habe. So, nun bin ich bei meiner gewünschten Länge angekommen, jetzt das Ganze natürlich wieder zurückdrehen und dann kannst du es wirklich bis oben hin wieder rausdrehen, oben etwas langsamer machen. Und gleich können wir das Ganze nämlich noch mit einer Mutter überprüfen, ob das Gewinde auch wirklich funktioniert. Aber vom Optischen her schaut es wirklich schon super aus. Zuvor das Ganze noch etwas von den Spänen säubern. Wir wollen uns jetzt nicht irgendwie auch noch schneiden. Dann nehme ich einmal meine Mutter hier mit der richtigen Größe, setze diese oben auf und es hat schon funktioniert. Die Mutter passt drauf, das Gewinde ist geschnitten und somit ist die Arbeit auch schon getan. So ein Gewinde-Schneidsatz hier ist für zu Hause wirklich Gold wert. Denn es geht so schnell, dass ein Gewinde vielleicht mal abbricht oder irgendwie leicht zerstört wird und dann kannst du das ganze Problem mit diesem Teil hier sofort beheben. Wenn du dir jetzt so einen Schneidsatz hier, Schneidöl, einen Schraubstock oder vielleicht auch so einen Messschieber hier für zu Hause zulegen möchtest, dann kann ich dir hier wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellen zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also diese Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.